Hallo zusammen, Ai Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Ein Versprechen ist ein Versprechen, anzunehmen bei Initiantin Radia, auf den Ebenen von Onava, an dieser Position. Forkwest war Lieblingsobst. Nehme hier die Quest an, dann darf man hier die Sprechplätze anklicken und jetzt heißt Treft Radia im Norden. Okay, geht es in diese Richtung. Nun muss man ungefähr bis hierhin laufen. Vielleicht mit Kodoloto der Ohuna. Der kommt hier angeflogen und platziert sich auf diesem Stein. Also ihr seht, auch von unten kann man ihn anquatschen. Quest ist abzugeben bei Kodoloto. Auf den Ebenen von Onava, an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.